Die Bundesstraße 87N ist eine geplante Bundesstraße in Hessen und Thüringen. Die aus Naturschutzgründen umstrittene Straße soll die Wirtschaftsräume Fulda und Meiningen verbinden und die Anbindung Südthüringens an die Metropolregion Frankfurt am Main verbessern. Ein weiterer Bauabschnitt ist im Raum Leipzig in Planung und ebenso umstritten. Zum Schutz des Biosphärenreservats Rhön soll die Straße weitestgehend durch einen ortsdurchfahrtsfreien Ausbau der bereits bestehenden Landesstraßen L3174 sowie L1124 entstehen. Ein autobahnähnlicher Ausbau ist nicht vorgesehen. Eine Verbindung zur bestehenden Bundesstraße 87 gibt es nicht. Die Planungen wurden vom Bundesverkehrsministerium im Januar 2013 vorerst gestoppt. Geplannter Verlauf Die Trasse soll in West-Ostrichtung verlaufend an der Asfulda Mitte der A7 beginnen und über Tann und Kaltensundheim durch die Rhön und den Meininger Ortsteil herpführend rund 4 km nördlich von Meiningen bei Waldorf in die Bundesstraße 19 Münden. Die Trasse ist unterteilt in den Abschnitt 1 Hessen, den Abschnitt 2 Rhönquerung und den Abschnitt 3 Thüringen. Geplant sind Ansteigungen, Überholspuren und bei der Rhönquerung ein 2,1 km langer Tunnel durch den Weitberg zwischen Unterweit und Oberweit. Planungsstand Streckenführung insbesondere auf hessischer Seite übertan wegen Naturschutzfachlicher Bedenken ab und stoppte somit die Planungen für die Bundesstraße. Die Länder Hessen und Thüringen setzen sich weiter für den Bau der wichtigen Verbindung zwischen beiden Ländern ein und prüfen jetzt alternative Streckenführungen. Geschichte 1996 wurde von den Bundesländern Hessen und Thüringen beschlossen, zwischen Meiningen und Fulda eine Bundesstraße als zweispurigen Rhönschnellweg zu bauen. Bedingt durch die deutsche Teilung fehlt hier seit der deutschen Wiedervereinigung eine leistungsfähige Straßenverbindung von Südthüringen nach. Osthessen Ein zuvor angedachter Weiterbau der A66 zur A71 bei Meiningen wurde nicht weiter verfolgt. Probleme entstanden bisher durch das unwegsame Gelände in der Hohen Rhön und das Biosphärenreservat Rhön. Als Baubeginn war zunächst 2012 und dann frühestens das Jahr 2015 vorgesehen. Proteste Gegen den Bau der Bundesstraße gibt es Widerstand von Naturschutzverbänden und Bürgerinitiativen, die eine Gefährdung der Rhön und insbesondere des Biosphärenreservats befürchten. Obwohl die Bürger der anliegenden Ortschaften die Trasse grundsätzlich begrüßen, gab und gibt es in einzelnen Gemeinden Proteste gegen bestimmte Ortsumgehungsvarianten. Von einigen Gegnern der Trasse werden die prognostizierten Verkehrszahlen in Zweifel gezogen.